hallo und willkommen zur South Park. Ich bin jetzt bei dem Haus hier hinten wo ich als nächstes hin wollte zur Mission von ganz da hinten von den ersten Kuhnzeichen war es bisher gelaufen jetzt habe ein wenig Shit eingesammelt und ja damit hätte ich jetzt fast die ganze folge wahrscheinlich verschwendet. Das wollen wir ja nicht. Also sind wir jetzt mal hier bei den lieben Häuschen und schauen wir mal am besten rein, guck mal. wahrscheinlich aufgemacht wir sind bewaffnet wahrscheinlich haben sie gesagt das ist einfach nur ein dingnormales Haus hey who are you? what are you doing in my house? engage, engage was ist? besiegt den Drogendealer mit dem Bus äh mit dem Messer phil Das mache ich doch dann schon. Der Bolle ist nicht sehr hilfreich. Ich habe das Gefühl. Jetzt ist er erst mal dort. Dreckensklingeln, Artefakt, Weibermaske und ein bisschen Geld gefunden. Das dauert schon lange, bis ich zur nächsten Stufe komme. Die Polizei will quasi, dass wir wieder kommen müssen. Kann man dann. Kann man gerne wieder machen. An sich. Weil es jetzt recht einfach. Vielleicht kommt dann noch. Schwierig. Mitleidsfollow. 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 Dann war ja so doofes Gesicht. Böses Gesicht. Böse Gesicht. Danke, New Kid. See you online. Mitleidsselfie mit den neuen. Hör herren. Das ist schon mal nicht schlecht. Hör. 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 Das Badezimmer? Ja, muss wieder alles vollkacken Mein Gott Ja, so Rein da Eingehackt Gehackt Bio gefangen Was mache ich mit dem ganzen Bio gefangen? Dann krieg ich dann noch irgendwas Bombenmäßiges zu haben Schauen wir erstmal den Fernseher Und davonieren So, machen wir mal ein Kampfforteil Alle angewidert Du machst ein großes Fehler Messing mit C-C-C-C-Tunen, Freunde Go Dut, Snoo Kid Was für ein bisschen Was war das? 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 Wie war das? Ja, hab ich's angewidert. So, jetzt muss ich mal was einfallen lassen. Ist der Healer okay? Ja! You're a fucking mess! You owe me big time! Feel the wrath of human kites! Stupid Forthy with a kite on his back! Good! And here I always thought kites were lame. Happy to change your mind, Super Craig? Says I changed my mind. Good morning, Hermann. Was flugte? Was flugte? Was flugte? You're up, ass blaster! Where's he with him? Big strokes. Could that work? Big strokes. Kombi? Let's make this quick. Unsichtbar kalt. Jetzt schmeißt der seine Pissbombe quasi und die sind erledigt. Sehr schön. So, Ultimativkraft bereit, auch machen wir das. Oh Gott. Hilfe Okay, bin ich glücklich So geht's Danke heute, so sieht's aus, mein Lieben 25 hier, Frau ist gut, ich krieg da nochmal 25 Wenig, ne? So, jetzt kann ich zum Moskito eigentlich hin Langsam Wie noch die einzige Quest, die ich hab Ja Hinterhin also Ja Hier wollte es, gell? Ja, genau hier ist drin Puh Die Katzen hier leider Waiter, waiter Wie hat sie gehört? Wie fängt man die Katzen eigentlich? Boah Aha Gut Gut Puppeern! Puppeern! Tote Druck, mach da mit! Ach, ist das fies. Das ist gemein. Das war jetzt fies, so entgegengesetzten Ding ist echt gemein. So, Moskitos, Haus ist da hinten. Na, gehen wir auch mal jetzt hin. Auf dem Weg dahin sammeln wir natürlich wieder einen Haufen Shit. Warnung, du hast fünf Sekunden, um zu verabschieden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Du bist in direkte Verabschiedung. Sag nicht, Drugs. Warnung, du hast fünf Sekunden, um zu verabschieden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Das ist ja sehr hart, kaltes Geschäft. Verzeihigt seine Drogen ganz schön hart. Geh mal weg. Ah, jawoll, da sind ja... ...die... ...ja... ...ne? Die gewissen Damen drin. Hi, willkommen zu Raisins. Nur einer von euch heute? Wir kommen gleich hier, Cutie. Sorry, ich fahre nur psychische Superheroes. Ja, ich fahre nur mit Korona Kids Superheroes, die gut kippen. Okay. Ja, ich bin nur mit Korona Kids Superheroes. Ich bin genau mit dir, honey. Over hier, hon! Oh, sorry. Ich fahre nur Elementalist Superheroes. Ja, ich fahre nur mit Assassin Superheroes. Ja, ich fahre nur mit Assassin Superheroes. Over hier, hon! Eine unserer Raisins Girls wird gleich mit dir. Okay. Ist er nicht der cutest? Er kann wirklich nicht viel Wings essen. Ja, dann bin ich in den Skogen und beobachten alle Schäufe. Ich fahre nur mit Schäufe. Ich weiß nicht, Moschitos können so schwer sein. Ja. Ever gehört von der Zika Virus? Another plate of Wings, Cutie? Sure. Just put them on my tab. Big Spender. Hey, beat it, kid. These are my women. What superhero are you? Superfate. Oh, my god. The mission. My fellow Superheroes. I've completely forgot. Back away, Temptresses. Moschito knows what you are trying to do. Uh, what are you talking about, kid? The Raisins Girls are Moschitos Kryptonite. You gotta get me out of here. Uh, well, okay then. Here's your bill. Haha. I think not. You tried to charm me. I will not pay this bill. You have to leave it, asswhite. They are going to let us go without a fight, kid. Let's do this. Then, do we do this too. Yeah, can we just let us. You're making a big mistake, messing with K-K-K-Kun and Friends. Order off, Kuties. Oh, yeah. Welcome to the team. You're going to need a total makeover. We need to punch some sense back into Moschitos. Seriously, guys. The wings are really good. I'm your best. You're just jealous of my whirlwind romance. Okay. Let's mess with some physics. Now you see me? Man, where do you get the energy? Go down, Stukid. I'll drink to that. I'm going to whoop you like my mama did my daddy, sweetie. It happens to the fastest of it, new kid. Koon and Friends forever. Hey, cuties. I hope you're having a good time. Actually, I don't care. Have you tried our double whammy wings? I'm going to show you how we put the double whammy in our double whammy wings. Ok, look. Let's go. Let's go. Let's go. also heute sich auch ist ja praktisch gut so ist es und es brennt Die waren nicht wohl, dass wir das hier in den Schlag. Schauen wir mal was das bringt. Entschuldigung. Sehr am Boden. Oh my god. Upcarts. You can't be a superhero without something that you're powerless against. Any particular phobas? Any emotional hangups? I mean, come on, there's got to be something. Look, it's okay, I'm on your team, but, kid, you can tell me. All right, all right, let me see your character sheet. Oh god. Sex-Glizard? Nein. 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 Meine Leute, Vampire. Krebs-Krebsmenschen. Hey, die Leute. Ja, all the people can be so gross with their wrinkles and wisdom. Check. Ja. Immer alte Leute als Kryptonite. Great. Job done. Your Kryptonite is officially noted. You don't even know, Mosquito must be off. Call me if you should need me, cool friends. Nookid, you've done a decent job so far. Come back to the Coon Lair. I think we should advance your character. Coon, out! Ups. Dahinter. Ah, Schnellreise ist halt so wirklich. Die Folge ist eh bald zu Ende. Deswegen erkunde ich jetzt noch die andere Straßenseite. Hm, nichts. Nichts, nichts, nichts. Ausholen. Die Katze. Hier fange ich die. Okay. Ja, sehr freundlich. Ja, klar. Mit Kryptonite. Oder da führen. Das war hier irgendwas. Spiel drauf? Nee. Alle. Irgendwas? Wir können... Nö, nö. Klar, die anderen sich ja auch. Oh, das ist ja ein verdammter Name. Ich habe die Pflicht, sich zu ändern. Äh? Was weiß ich da? Ja, das ist ja. Ich habe die Pflicht, sich zu ändern. eigentlich schon gar nicht mehr. Naja, für euch wird es jetzt alles langweilig, aber für mich beginnt die Reise erstmal zum nächsten Haus, wo es dann auch weiter geht. Bis zum nächsten Mal, euer Sefirot.